Wenn es Nacht wird auf der AIDA-MAR, dann findet eine der beliebtesten Veranstaltungen auf den AIDAs überhaupt statt, nämlich die Poolparty. Ja, die kann es so ein, zwei Mal pro Woche geben, zumindest wenn die AIDA unterwegs ist in einem Gebiet, wo es warm genug ist, denn sonst macht das da draußen keinen Spaß. Jetzt fragt man sich natürlich immer, was ist denn in diesem abgetrennten Bereich? Dort sitzt da der DJ. Es sieht so aus, aber nein, wenn ihr euch Musik wünschen wollt, dann sucht den Mann an der Seite der Tanzfläche. Da steht er nämlich, ja, und der macht dann sehr bunt gemischte Musik von Schlager bis Charts. Also das ist dann nicht so Musik wie in einem Großstadtclub, sondern eher wie in der Provinz-Disco. Ja, aber kann trotzdem lustig sein. Extra Bars werden aufgestellt zu den Poolpartys, aber, ja, ein bisschen die Ausgaben im Blick behalten, denn das kommt dann nachher natürlich alles auf die Bordrechnung. Ja, also man kann da schon richtig Spaß haben. Das Ganze geht dann so bis durchaus mal zwei Uhr, ein bisschen länger auch. Hängt natürlich immer ein bisschen damit zusammen, wie viel da noch los ist, aber hinterher kann auch noch weiter gefeiert werden in der Anytime Bar. Also die Poolpartys, das sind wirklich etwas, das ist wirklich etwas, was auf den AIDAs durchaus sehr lustig sein kann. Wobei es auch mal sein kann, dass da nicht so viel los ist, wenn viele, viele Ältere an Bord sind. Dann kannst du auch mal ganz leer sein, aber trotzdem eine tolle Geschichte. Dann kannst du auch mal ganz leer sein, dass da nicht so viel los ist, wenn du auch mal ganz leer bist. Dann kannst du auch mal ganz leer sein. Untertitelung des ZDF, 2020